Der letzte Song heißt Drei. In dieser Nacht ging ich vorbei. Ich sah sie stehen, nichts hältst du mir. Ich fiel es an, ich konnte sie. Neuer Wind zu holen. Alles was die Erde zeigte, ein kurzer Atem unter Himmel. Diese Macht zerlegt bis frei. Auch heute Morgen oder dann, kommt die Dunkelheit durchs Land. Wir werden sehen, wo wir sind. Wenn das dies der Welt verschirrt. Verstehen. Verstehen. Ich bin ich fort, es war vorbei. Ich fiel es an, jetzt bin ich wieder frei. Ich fiel es an. 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 Wenn wir Musik 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 Okay Einen Applaus für Strava Applaus 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 Ich werde dir jetzt im Internet die Welt vorstellen Und zwar ist es heute zu meiner rechten Seite in der Rhythmusfraktion Am Sechseiter was der 5, 5, 1, 2, 3, 4 5 und 5 Am Mintgrünbass Mr. Adia Geffenmeier Applaus 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 Zu meiner linken Seite der Mann an den Sechseiten An der Gitarre und Akustik-Gitarre, die Gitarre und was er alles spielt, ich weiß es nicht. Ich schaue mich immer nach links. Ich habe meistens die Augen zu. Aber ein ganz besonderer Applaus für Marco Hoffmann auf! Marco ist am Nächsten dabei in meiner Welt. Quasi an den Tassen, man sieht ihn nicht immer, meistens setzt er hin, dabei sieht er doch eigentlich am besten aus von uns. Am Piano Mario Martini! Sonst sitzt er immer auf einer kleinen Fischerkiste, meistens über meinen Songs, bei der Cajon. Heute hat er sich entschlossen, aus der Aufstelle habe ich mir mal das ganze Set mit. Einfach mal so, wir gucken mal, wie es klingt. Am Ende, man war durch seit 20 Jahren Musikstern, Gott, bin ich alt. Am Schlag soll ich da für den Schnee? Am Ende, man war durch seit 20 Jahren. Ab heute Morgen oder wann Kommt die Tonkheit durch Raum Wir werden sehen, wo wir sind, wenn das Lied der Welt verschwindet. Heute, morgen oder dann, kommt die Dunkelheit los an. Wir werden sehen, wo wir sind, wenn das Lied der Welt verschwindet. Verschwind, verschwindet. Verschwind, verschwindet. So, da fehlen aber noch ein paar Leute. Und zwar, ein paar Menschen, denen ich noch Danke sagen möchte. Einmal hab ich vorhin schon gedankt. Er hat vor uns gespielt und ist quasi der Inhaber des Plattenlebens Atom ist fort. Und hab mich unter seine Fittiche übermann gesagt, Stefan, ich bring dir dein Album raus, auch wenn's so traurig ist. Trotzdem habe ich das. Ein Applaus für Tommi Finke. Dann ein Applaus an den Mann, der quasi fast irgendein Song mit mir produziert hatte und hinter den Reglern sitzt und quasi alles so schiebt. Ich sag mal einen Ton, der weiß ganz genau was ich meinen. Das gibt es ja auch nicht als neulich. Ich weiß gar nicht, ob er heute Abend oder wo er hier dran sitzt. Da, ich seh nämlich nichts. Ein Applaus für Dennis Köhle. Okay, die Liste ist lang. Ich glaub ich, hier find's noch eins. Okay, ich möchte zwischenzeitlich auch einmal meiner Familie danken. Mein Vater und meiner Schwester. Und zwar, dem greifen mich immer mein Vater färben. Ich weiß, dass du dir hinkst. Das find ich sehr schön. Meine Schwester, Finn, voller Lafelle. Und das darf ja auch mal sein. Ein Applaus für Katrin und Oli. Dann heute Abend noch verantwortlich für Licht. Ihr kennt das nochmal. Und zwar, er beleuchtet die Stadt immer so wunderbar, wie es kein anderer kam. Ein Applaus für das Licht, Jörg Rost. Und wo das Licht ist, er darf auch den Turm nicht sehen. Er ist immer live mit uns unterwegs. Und wir mischen ungefähr 50 meiner Bands. Und er macht das wirklich wunderbar. Ich find dich ganz wohl hier. Markus. Ein Applaus für Markus Schwab. Achtung. Und da haben wir noch ein paar wunderbare liebe Leute dabei, die heute Abend filmen und Fotos machen. Und ich stell dich alle drei mal hintereinander vor. So, sie filmen und ich gucke nach viel. Ein Applaus für Knaus Dittron. Ach nee, Abmeyer und Kass. Mit Ruschke. So, ich hab immer vergessen. Hab ich immer vergessen? Ah, ich weiß es nicht. Also, Leute. Ich schau nachher vorbei, kaufen meine CDs. Würde mich sehr freuen. Und jetzt hören wir ihn nochmal, dem Gast des Abends. Seine Mutter Monika, Chris Kramer. Wu, dass ihr sieء mögt. Nikola Konfilik hatte ich absage. Und jetzt mourn community. Dann sehen wir sie ihr um. Musik 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 Vielen Dank.